Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Waldorf Mannheim, 3. Liga 2020-2021, 8. Spieltag, SV Waldorf Mannheim gegen 1. FC Magdeburg, Ergebnis 5 zu 2. Start 11, SV Waldorf Mannheim, Brethelt, Sing, Seekert, Fas, Viralat, Hofra, Christensen, Skakiri, Kosti, Dugne, Dunkor, Vidrati, Boamba, Markwig, Start 11, 1. FC Magdeburg, Bens, Berens, Topp, Müller, Kokilin, Brücker, Ernaft, Jakobsen, Müller, Wo bin ich hier? Franz G. Sissavik, Beck. Das war's von SV Waldorf Mannheim gegen 1. FC Magdeburg, 21.05 Uhr. 2.05 Uhr. 2.05 Uhr. Vielen Dank.